Im Rahmen von Unternehmen Weserübung der Besetzung Dänemarks und Norwegens durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, beginnend am 9. April 1940, kam es zur Eroberung des Flughafens Vornebü bei Oslo in Norwegen. Der Angriff an sich ist ein interessantes Ereignis. Schließlich hing davon auch der Erfolg der Invasion Norwegens ab. Aber mein Aufhänger ist ein anderer, nämlich der Einfluss von Chaos, Fehlern, mangelndem Lageverständnis und Zufallsentscheidungen Einzelner auf große Geschehnisse. Speziell heutzutage wird gerade in sozialen Medien bei vielen Ereignissen immer eine Verschwörung vermutet. Dahinter steht der Gedanke, dass Ereignisse aus dem Dunkeln präzise gesteuert werden und eine nahezu perfekte Verschleierung der wahren Tatsachen stattfindet, um uns zu täuschen und zu falschen Handlungen zu verleiten. Aber stimmt das? Gibt es wirklich diese Verschwörungen? Oder suchen wir verzweifelt nach Mustern, um eine komplexe und chaotische Welt zu erklären? Um Sinn in Ereignissen zu finden, die sinnlos sind? Um uns Hoffnung zu machen? Denn wenn schlimme Ereignisse nur aufgrund einer Verschwörung stattfinden, reicht es ja, diese Verschwörung aufzudecken und die Hintermänner zu neutralisieren. Und schon ist alles wieder gut. Das gibt Hoffnung. Denn die Alternative, die Erkenntnis, dass schlimme Ereignisse aufgrund von Chaos, Fehlern, mangelndem Lageverständnis und Zufallsentscheidungen Einzelner stattfinden und damit eben nicht mit einem Federstrich verhindert werden können, das ist wesentlich härter zu verkraften. Schauen wir uns unter diesem Gesichtspunkt mal an, wie die Eroberung des Flughafens Vornebü am Morgen des 9. April 1940 stattfand und betrachten wir das Chaos, die Fehler, das mangelnde Lageverständnis und die vielen Zufallsentscheidungen Einzelner, die den Ablauf der Ereignisse beeinflussten. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass es ein Meer zwischen Deutschland und Norwegen gibt. Das heißt, die Wehrmacht konnte nicht einfach über die Grenze marschieren, wie sie da Symbolen getan hatte. Eine Invasion musste also aus der Luft oder über das Wasser stattfinden. Eine Invasion aus der Luft hatte es vorher noch nie gegeben und für eine klassische Invasion wie die der Alliierten in der Normandie 1944 hatte die Kriegsmarine nicht die notwendige Ausrüstung. Geplant war es, Häfen und Flughäfen über raschend Pahnstreich einzunehmen. Dazu gehörte auch Vornebü. Der Plan sah folgendermaßen aus. Eine Staffel von Me 110 Zerstörern sollte den Platz angreifen und die Verteidigung niederhalten. Als nächstes sollten dann Fallschirmjäger aus U52 absprengen und den Platz nehmen. Danach kämen dann weitere U52 mit normaler Infanterie an Bord, die landen und den Platz und sein Umfeld sichern sollten. Die Me 110 Zerstörer sollten ebenfalls landen. Weitere Verstärkungen, Infanterie und die Bodenmannschaften für die Me 110 sollten im Laufe des Tages landen und die Invasion von Vornebü aus unterstützen. Zur Verfügung standen zwei Kompanien Fallschirmjäger. Die erste und zweite Kompanie des Fallschirmjäger- 1 unter Hauptmann Walter, das zweite Bataillon des Infanterieregiments 324 und die erste Staffel des Zerstörergeschwaders 76 unter Oberleutnant Hansen. Kommandiert wurden die Luftstreitkräfte von Generalleutnant Geißler vom 10. Fliegerkorps, die Bodentruppen vom Transportchef Glandt, Oberstleutnant von Gablenz. Soweit der Plan. Schauen wir uns an, was tatsächlich geschah. Die Fallschirmjäger näherten sich Vornebü an Bord von 29 Ju 52 von der zweiten Gruppe des Kampfgeschwaders zur besonderen Verwendung 1 unter Oberstleutnant Dreves. Die Sicht an diesem Tag war aufgrund von Bodennebel und dichter Bewölkung miserabel. Plötzlich verlor die Gruppe während des Anflugs zwei Ju 52 in einer Nebelwand. Dreves entschied sich daraufhin umzukehren, da ihm das Risiko für einen Weiterflug zu groß erschien. Er wollte lieber die 27 Maschinen, die er noch hatte, sicher zurückführen. Er meldete per Funk, kehre wegen Schlechtwetter um, fliege Aalborg an. Diese Meldung ging im Hauptquartier ein. Dort gestaltete sich die Lage kritisch. Im Gegensatz zu Dänemark ergab sich Norwegen nicht kampflos. Die Invasion Oslos von der See aus gestaltete sich schwierig. Die Marinegruppe stand im Artillerieduell mit norwegischer Küstenartillerie und gerade erst war der Schwerekreuzer Blücher versenkt worden. Oslo war von See aus nicht ansteuerbar. Umso wichtiger wäre die Einnahme des Osloer Flughafens gewesen. Und nun diese Meldung. Generalleutnant Geisler wollte nun auch die Infanterie zurückrufen. Oberstleutnant von Gablenz dagegen meinte, dass auch ohne die Fallschirmjäger der Platz alleine durch die Infanterie genommen werden konnte. Doch Geisler überstimmte ihn und entsandte folgende Meldung. An alle, zurückkehren. Zehntes Fliegerkorps. An Bord der Ju 52, die die Infanterie transportierte, sah sich deren Chefhauptmann Wagner diese Meldung genau an. Er hielt sie für eine feindliche Falschmeldung zur Verwirrung der deutschen Truppen. Denn Wagners Infanteriebataillon unterstanden nun mal Oberstleutnant Gablenz, dem Transportchef Land, und nicht Generalleutnant Geisler vom zehnten Fliegerkorps. Also ignorierte Wagner die Meldung und ließ die Jus weiterfliegen. Kurze Zeit später erreichten sie den Platz, über dem die Me 110 bereits kreisten und so einiges in Brand geschossen hatten. Denn über dem Platz hatte sich der Bodennebel gelichtet. Wagner lässt landen, aber seine Maschine wird beschossen und startet durch. Die Piloten der Me 110 Staffel sind nun restlos verwirrt. Sie kreisen schon eine gute halbe Stunde über dem Platz und haben unter dem Verlust von zwei eigenen Maschinen neun norwegische Gladiators abgewehrt, dazu am Boden zwei weitere zerstört, sowie Flak und MG-Nester beschossen. Die Falschirmjäger hätten längst da sein müssen. Nun kommen die Jus endlich, aber statt Falschirmjäger abzusetzen, wollen sie landen. Die Zerstörerpiloten haben von der Umkehr der Falschirmjäger und den Befehlen des zehnten Fliegerkorps nichts mitbekommen. Die Situation der Zerstörer ist jetzt kritisch. Drei von den sechs verbliebenen Maschinen haben kaputte Kühler aufgrund von Feindbeschuss und fliegen nur noch mit einem Motor. Alle sechs haben so gut wie kein Sprit mehr. Oberleutnant Hansen gibt nun den Befehl zu landen. Die noch fliegenden Maschinen sollen den landenden Feuerschutz geben. Die Me 110 und die U 52 mit der Infanterie an Bord landen nun mehr oder weniger gleichzeitig. Es kommt zu beinahe Kollisionen. Eine Me 110 macht eine Bruchlandung, die anderen werden von Oberleutnant Hansen strategisch postiert, um einen nahen Waldrand mit den Heck-MGs abzudecken. Die Mannschaft der bruchgelandeten Maschine erscheint überraschend zu Fuß mit ausgebautem Heck-MG. Die Infanterie verlässt zum gleichen Zeitpunkt ihre U 52. Hauptmann Wagner, ihr Chef, ist beim Beschuss seiner Maschine gefallen. Oberleutnant Hansen teilt zusammen mit Hauptmann Ingenhofen, dem Stellvertretner Wagners, die Infanterie ein, die nun anfängt, den Platz zu sichern und stoßtruppslos zu schicken. Hauptmann Flakowski, der Blindfluglehrer des Zerstörer Geschwaders, schwebt nun mit einer U 52 ein, die einen Teil der Ausrüstung und des Bodenpersonals des Geschwaders trägt und übernimmt ebenfalls das Kommando über einen Teil der Soldaten. Was machen die Norweger? Die melden bereits nach dem verlorenen Luftkampf ihrer Gladiators gegen die Me 110 per Funk, dass niemand mehr vorne Büh anfliegen soll. Die erste Maschine, die landen will, die mit Hauptmann Wagner an Bord, beschießen sie noch, danach ziehen sie sich zurück in Richtung Festung Akashuis bei Oslo. Einige Norweger werden von den Deutschen widerstandslos gefangen genommen. Die Kommandierenden Hansen, Ingenhofen und Flakowski lassen den Platz von den Wracksräumen, damit er angeflogen werden kann. Plötzlich taucht nun Hauptmann Spiller auf. Er ist Luftwaffenattaché in Oslo und fährt überraschend in einem amerikanischen Auto auf dem Platz vor. Spiller befiehlt die Einnahme des Platzes angesichts der kritischen Lage der Marine vor Oslo sofort zu melden. Oberleutmann Hansen funkt, vorne Büh in eigener Hand, erste Staffel Zerstörergeschwader 76. Jetzt spielen sich chaotische Szenen ab. Einige Jus mit Fallschermigern an Bord, die sich im Nebel völlig verfranst haben, landen nun nach der Infanterie doch noch in vorne Büh. Einige Jus mit der Infanterie an Bord flogen nach dem initialen Beschuss zurück und tauchen nun über drei Stunden später doch noch mit dem Hauptteil des Bataillons auf. Im Laufe des Nachmittags wird das ganze Infanterieregiment 324 herangeflogen. Zahlreiche Jus landen auf dem Platz. Bereits am Abend wird Oslo eingenommen. Zwei Tage später gratuliert Generalleutnant Geisler Oberleutnant Hansen mit den Worten, wenn ihre Staffel nicht hier gewesen wäre, dann stünde vielleicht manches anders hier. 500 Transportmaschinen wurden für die Invasion von Dänemark und Norwegen eingesetzt. Erstmals waren Fallschirmjäger eine bis dahin geheim gehaltene Truppe in großem Ausmaße im Einsatz. Die Invasion war sehr riskant, aber am Ende erfolgreich. Denken wir zurück an meine Eingangsgedanken. An wie vielen Stellen während dieser einen Operation waren Chaos, Fehler, mangelndes Lageverständnis und Zufallsentscheidungen einzelner maßgeblich für den Ablauf der Ereignisse? Man könnte sagen praktisch an allen Stellen. Was, wenn die Fallschirmjäger doch weiter geflogen wären? Über dem Platz gab es ja keinen Bodennebel mehr. Was, wenn Hauptmann Wagner den Befehl per Funk befolgt hätte und umgekehrt wäre? Was, wenn es zu katastrophalen Kollisionen bei der chaotischen Landung der Infanterie Jus und der Zerstörer gekommen wäre? Was, wenn die norwegischen Verteidiger geahnt hätten, was für ein chaotischer Haufen da aufgetaucht war und sich entschiedener zur Wehr gesetzt hätten? Was, wenn die Meldung, dass vorne Bühne eigener Hand ist, später abgesetzt worden wäre? Am Ende haben Zufall und das energische Handeln weniger den Ausgang der Schlacht entschieden. Zahllose andere Schlachten und auch nicht-militärische Ereignisse der Weltgeschichte laufen so ab, weswegen ich immer Shit Happens und Chaos als Erklärung für seltsame Ereignisse bevorzuge und Verschwörung mit präzise ablaufendem Plan zurückweise. Und in 99,9% der Fällen habe ich damit auch recht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.